Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf PharmaRamaCrew. Heute zu einer neuen Eventvorstellung, nämlich das Spiel des alten Seebären. Es ist sozusagen die zweite Ausgabe vom Memory-Event, das es ja schon mal beim Valentinsgeplänkel 2018 gab. Ja, dieses Event startet am 29.08. um 14 Uhr und endet am 4.09. um 14 Uhr. Die Schwierigkeit ist leicht, ab Level 3 ist das Event verfügbar. So, die Eventpflanze ist der Kartenklee. Der sieht auf jeden Fall schon mal mega gelungen aus, dauert 5 Stunden und bringt 120 EP und ist ein Farm-Eventpflanze. Also dieses Event findet nur auf der Farm statt, also Hauptacker, Wildewiese und Waldlicht. Das gleiche gilt für den Event-Trop, nämlich der Folie, die man aus Stellenbäumen oder Feldern bekommt. Außerdem kann man es seinen Nachbarn schenken oder sich im Farmausstatter für Tupgullen sich Folien kaufen. Dann Mühlenprodukt ist nämlich der Kartendeck, um das Minispiel zu spielen. Dauert 5 Minuten in der Mühle, 500 Kartenklee benötigt und 35 Folien. Ja, jetzt kommen wir zu den Gesamtausgabemengen. Das sind nämlich 30 Kartendecks braucht man für alle Minispiele, um Wolkenreihe plus Items zu sich ergattern. Man kann natürlich weiterspielen. Es gibt nämlich noch so einen Farm-Taler-Shop, da kommen wir später noch drauf zu. Ähm, Sterntaler-Shop meine ich. Man benötigt jetzt insgesamt 15.000 Klee und 1050 Folien, um 30 Runden zu spielen. Ja, jetzt kommen wir zu den Event-Körben. Einmal den Seebärenkorb klein, Seebärenkorb mittel, Seebärenkorb groß und den Seebärenkorb riesig. Ähm, ja. Jetzt kommen wir zum Minispiel mit Hintergründen. Es gibt zwei verschiedene Arten wieder. Hier sehen wir auf jeden Fall den Hintergrund. Gelb und Lila. Ja, dort muss man versuchen, die Hintergründe zu bekommen. Finde ich jetzt ein bisschen doof. Finde ich ein bisschen besser, wenn man sich die Figuren merkt. Aber das ist auch jedem anders zu überlassen. Einer kann sich besser Farben merken, der eine kann sich besser Figuren merken. Deswegen gibt es zwei verschiedene mit Figuren. Das finde ich auf jeden Fall gut. Hier sehen wir, jetzt muss er nach Figuren suchen und schon hat er das erste Paar. Ja. Das habe ich jetzt leider nicht aufgepasst. Es gibt hier nämlich einen Sternenthaler-Shop. Und ja, man muss versuchen, so schnell wie möglich das Memory abzuschließen, um mehr Sternenthaler zu bekommen. Das habe ich jetzt leider vergessen. Bitte verzeiht mir. Ja, je schneller man ist, desto mehr bekommt man. Und je schlechter man ist, desto weniger bekommt man. Also, man kann hier die Items sich nochmal holen. Einmal angelnde Katze, unter Wasser fangen, frecher Delphi. Das sind auf jeden Fall die Items zu diesem Event. Ja, und jetzt kommen wir zu den nächsten Preisen. Da gibt es nämlich drei Fabrik-Upgrades. Und die würde ich euch empfehlen, dass man die als erstes holt, wenn man die Fabrik auf höchstem Level irgendwann schaffen will. Ja, das werde ich auf jeden Fall versuchen, alle drei zu holen. Werde ich wahrscheinlich auch schaffen, glaube ich. Ungefähr, wenn man es so Pi mal da umrechnet, klappt das, glaube ich, auch ungefähr. Dann das Spiel des alten Sehbären-Sticker werde ich auch noch holen. Und dann schauen wir einfach, was übrig bleibt. Vielleicht schaffen wir auch gar nicht mehr. Ja, ich würde euch eben auf jeden Fall das auf jeden Fall an Herzen legen. Wenn ihr die Fabrik-Upgrades braucht, dann holt auf jeden Fall erstmal diese. So, dann gibt es hier weitere Superdünger gibt es hier. Susi-Superdünger bräuchte ich auch, aber ich werde auf jeden Fall erstmal die Upgrades holen. Ja, und hier kann man sich noch Rätselstelle holen. Auch vom neuen Tiki-Rätselstall und vom neuen Rätselstall Tokio. Und natürlich ein Karotten-Apfel-Chantle, finde ich auf jeden Fall auch gut. Sind auf jeden Fall gute Preise bei, für jeden was dabei. So, dann kommen wir zum Event-Sticker, den finde ich auf jeden Fall mega, mega gelungen. Vor allem der Sehbär, gefällt mir sehr gut. Kriegt auf jeden Fall sehr gute Bewertungen, das weiß ich jetzt schon beim Event-Fazit. Ja, jetzt kommen wir zu den drei Items. Ja, angelnde Katze dauert elf Stunden, 950 Bar bei P oder EP. Bekommt man nach zehn Runden oder holt es sich in diesen Shop, Sternteiler Shop nochmal. Dann Frecher Delfin, dauert elf Stunden, 1900 Bar bei P oder EP. Ist glaube ich das erste Item mitten im Delfin. Gefällt mir auf jeden Fall auch gut. Erinnert aber irgendwie in ein altes Event, das war auch so ähnlich. Ja, bekommt man nach 15 Runden und dann für mich das mega, mega gelungene Item. Außerdem, da haben wir gestern noch drüber geredet, ich und mein Bruder, das wäre doch auch mal cool. So ein Unterwasser-Item, wo nur so ein Aquarium ist, das ist auf jeden Fall mega gelungen. Auf jeden Fall, ja, das haben wir uns gewünscht. Alle elf Stunden dauert das und bringt 3.800 Bar bei EP oder EP. Bekommt man nach 25 Runden oder natürlich in diesen Sternteiler Shop. So, dann kommen wir ja schon zur letzten Folie, nämlich der Wolkenreihe. Die Spiel des alten Sebeeren lautet die natürlich. Dauert 20 Stunden, bringt einen Bonus von 25.000 EP, 25 Barmer EP. Ja, das hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Und dann noch ein 50% mehr EP-Bonus auf Eventpflanzen, egal, Farm oder Barmer. Für acht Stunden ist auf jeden Fall auch gut. Kann man auf jeden Fall jeden Tag benutzen, wenn ein Event läuft. Geht da automatisch auf Eventpflanzen, 50% mehr EP. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Gefällt mir auf jeden Fall gut. Und man bekommt die Wolkenreihe nach 30 Runden. Ja, das war es dann auf jeden Fall mit dieser Eventvorstellung. Schreibt mal eure Meinung zu diesem Event in die Kommentare. Werdet ihr teilnehmen? Wie weit werdet ihr machen? Ich werde auf jeden Fall teilnehmen. Ich werde so weit wie möglich versuchen, die Fabrik-Upgrades alle drei zu bekommen. Und natürlich die Wolkenreihe mir zu ergattern. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Event. Macht's gut und tschüss.